Herzlich Willkommen zum Sonnenaufgang. Es wird schon wieder Tag. Ja genau. Jetzt ging es aber schnell. Also wir haben nicht geschlafen oder so, es ist einfach gerade hell geworden. Ja. Ja wir könnten aber... Du musst schon wieder was essen. Jetzt jetzt mal snacken. Pass auf. Also wir ganz, ähm, Ding wollen wir nicht. Ja, weil es ja wieder viel zu viel Aufwand ist, da jetzt wieder die Umrandung da zu machen. Aber vielleicht übers Bett vielleicht schon. Und das wäre vielleicht... Ja. Eine Kleinigkeit. Das machen wir, ja. Damit das nicht ganz umsonst war, dass wir die Dinger weggerissen. Vorne tun wir so ein Glück. Aber jetzt speichere ich schon wieder. Das kann es doch nicht sein. Ja das ist echt kacke. Weg und weg. Gut. Water Collector brauche ich dann mal. Ach jetzt habe ich die eine Wand... Wieso habe ich jetzt die eine... Dann machen wir das... Ja genau. So und nochmal weg. Und jetzt machen wir das noch einmal und zwar diesmal ordentlich. So. Und dann kommt... Diese Wall weg. Aber jetzt speichere ich wieder... So. Ich würde sagen so, oder? Oder in Richtung Feuer. Ich... Mir wäre es fast irgendwie... Na gut, so könnten wir halt besser reingehen. Ja eben, genau. Auf der anderen Seite da kannst du die Gefahr zu groß, dass du ins Feuer läufst. Stimmt ja. Alter das ist nett, dass du hier die ganze Zeit... Hast du noch Schildkröten-Ding mitgenommen? Ich habe keine Schildkröten. Ich habe keine Schildkröten. Ne, ich habe keine Schildkröten. Hm. Die holen wir jetzt. Okay, das ist jetzt nicht so tragisch. Wasser haben wir ja... Gut, also 15 Holzteile brauchen wir. Ja, das kommt... Geht los. Ich lau mal wieder steuern. Gehen wir mal in die Ecke. Wieso habe ich jetzt meine Waffe? Ich... Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Was meinst du? Dass das Ruder einfach eins rumliegt und das andere ist schon hart. Ach so, ja. Alter, ich pack da voll rum auf diesem Teil. Wir haben ja gar keinen Vorrat mehr vom Hölzern. Alter. Oh ne, jetzt müssen wir schon wieder... 15 Teile brauchen wir. Ähm. Oh, dann müssen wir wieder zweimal fahren. Ähm. What the fuck. Ersthaft jetzt? Ernsthaft? Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst, oder? Sag mir jetzt nicht, dass irgendwie letzte Nacht da irgend so'n Depp durchgelaufen ist, so'n scheiß Mutant oder so. Alter. Äh, was war das? Was war was? Ja, da ist ein Mutant. Ich höre ihn. Hörst du das auch? Dieses... Ich höre nichts. Jetzt hört sich nicht nach Eingeborenen an, sondern nach Mutant. Nicht, dass der jetzt so'n scheiß Mutant ist, direkt vor unserer Hütte. Er kommt. Mutant. Mutant. Ach du Scheiße. Okay, komm, auf unser Boot. Scheiße, ich hab keine Ausdauer, nichts. Ich bin ganz voll am Arsch. Ich nehme ganz schnell noch was zu essen mit. Alter, wie der sprintet, Junge. Der kommt, der kommt, der rennt, der rennt, der rennt. Ich bin weg. Geil! Feil, feil! Feil, feil! Feil, feil! Feil, feil! Feil, feil, feil! Ich bin vom Fluss weg. Ist mir wurscht, dann bist du nicht da! Ich lass' dich allein! Alter, der Vogel hat mich gerade verschreckt. Alter, was ist der? Mach halt nicht so scheiße rum, du scheiß los! Ich hab' nicht nach hinten! Alter, was ist los? Oh mein Gott. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Da, er geht wieder weg. Bleib mal stehen. Er geht wieder in den Wald rein. Und da sind zwei Eingeborene noch bei ihm. Scheiße, Mann. Jetzt müssen wir echt, jetzt müssen wir beim Holzfällen sogar auf Mutanten achten. Oh nee. Scheiße, jetzt, jetzt merkt man jetzt langsam der Schwierigkeitsgrad. Und da hinten läuft es auch wieder welche. Ah Gott. So. Wir müssen die Wand wieder ziehen. Alter, ich glaub' wir müssen die Wand verstärken, Mann. Noch ne Wand drüber ziehen. Wir brauchen Fallen. Glaubst du Fallen? Oh ja. Gegen Mutanten? Ich weiß es nicht. Wär mal interessant. Bestimmt. Irgendwas für dich. Ich muss kurz mal was ins Lager fallen, weil ich hab' echt Hunger. Oder kann ich direkt was essen? Ich hab' nur so kleine. Zwei kleine Scheiße. Ich tu die Snacks lieber mal für Notfälle. Also wirklich keine Notfälle. Ich auch. Was? Ein Vogel ist reingeflogen. Oh! Der Mutant kommt! Der kommt! Jaaa! C? 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 Er geht wieder. C? So. Den Krotten nicht. Shit! 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 Er ist drin bei uns. Was? Ja, das denk' ich mir. Da ist ja keine Wand, ne? Ich mein' ja nur. Ja, nicht so weit. Alles gut. Chill dein Leben. Aber wir waren nicht mal da, ne? Und der hat die Wand kaputt gemacht. Wir müssen die Wand wieder hochziehen. Er geht wieder. Ahhhh. Ich glaub' das ist ja. Das ist ja gleich wie letztens. Ach der hat uns verfolgt. Wahrscheinlich. Scheiße. Ahhhh. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Die Wand hochziehen irgendwie. Oder wir pennen einfach mal und hoffen, dass er weg ist. Fuck man. Oh, ich verdurste. Moment, ich muss. Das Ding ist natürlich leer. Fahr' mal schnell ein bisschen vor. Achso. Zu unseren Dingern. Da rein. Ich muss ganz kurz was trinken. Genau. Ist der immer noch da? Guck, jetzt bräuchte man die Vorräte. Jetzt bräuchte man die Holzvorräte. Und jetzt haben wir keine. Hä? Ok, trinken ist gut. Er macht unsere andere auch noch mal kaputt. Der Wichser. Wieso? Da ist doch eh schon Loch. Was will er denn noch? Aber er braucht nicht einen Schlag. Ah, verpiss dich du. Ah, nein. Mach unser Werk nicht kaputt. Ah, der ist voller Marsch. Jetzt ist er schon viel vorbei. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Na, er macht alles kaputt. Unser Tor auch noch. Ist jetzt echt alles kaputt? Warum, man? Da ist doch eh schon ein Loch. Warte, ich versuche hier mal ganz kurz abzulenken. Und wir versuchen echt beide irgendwie... Komm, wir müssen jetzt versuchen den zu killen. Der macht alles kaputt. Er ist die Kleinen. Er ist die... Ok, ins Wasser, ins Wasser. Ich hab keinen Ausdruck. Ich hab keinen Ausdruck. Ich hab keinen Ausdruck. Ich hab ihn einmal schon angedamaged. Ok, verpiss dich da. Einmal hab ich ihn getroffen. Ich hab keinen Ausdruck. Ich muss soda trinken. Ja, mach das. Ich muss auch Snack essen. So jetzt. Ok, einer von den kleinen ist schon mal tot. Hast du mal ausprobiert, ob man blocken kann bei dem? Ne, hab ich nicht. Ich trau mich. Ich renne da lieber irgendwie weg. Mit Pfeilen und so könnte man den. Weil der ist relativ groß. Ich gucke mal, ob ich einen Speer hab. Ich hab auch mal einen Speer. Upgraded Stick. Ich nehme mal meinen guten Speer. Einfach aus Prinzip. Oh. Oh shit, Alter. Ja, ich hab ihn getroffen. Richtig nice. Sehr gut. Warte, ich kauf du Scheiße. Ich hab keine Stücke mehr. Scheiße, ich kann auch keine Pfeile kauf. Ich hab auch keine Sticks. Ich hab auch keine Sticks. Oh fuck, bitte. Alter. Piss dich. Ek... Ek... ekliges... Alter, was sind das eigentlich für ein... Ich hol mal meinen Speer. Ekliges... Ding, ey. Ich weiß nicht, ich... Ach, das ist sogar der starke Speer. Ja, ich hab einen starken Speer. Ich blocke... Nein, bitte nicht auf unser Haus. Ich muss werfen, wenn er sich nicht bewegt. Jetzt. Wow! Ich weiß nicht, ob ich dich getroffen hab, oder ihn. Ich hab ihn gar nicht gesehen, oder? Nee! Ich bin auch nicht... Nee, wir müssen nicht... Komm mal, komm mal her! Nicht... Geh weg von unserem Haus! Geh weg von unserem Haus! Wo ist mein Speer hin? Das steckt nicht in mir drin, glaub ich. Aber er greift uns irgendwie nicht mehr direkt an, irgendwie so. Es ist jetzt so ziemlich... Er verpeilt's grad. Uoooooh! Ich hab ihn auf... Ich auch! Komm schon! Oh fuck! Der ist schon voll blutig. Ja, ich könnte eigentlich mal meine richtige Waffe nehmen. Stimmt, jetzt, wenn du sagst, die macht Schaden. Ich bin doof. Ich nehme voll die billige... Ja! Ja, Mann! Alter, wie viele Knochen der bringt! Warte, ich repariere schnell nicht dir alles. Ich kann den nicht mitnehmen. Ich kann ihn nicht tragen. Dann mach direkt bei ihm Feuer, oder so. Alter! Nein, ich mach... Das musst du machen, den Rest, weil... Okay, äh, der Plan... Der ist irgendwie... Er muss noch mal einen Plan ziehen. Ja, ähm... Ich mach gucken, was da alles rauskommt. Nehmen wir den... Abhacken. Geht das? Kann man den auch... In Clear hacken? Ich glaub nicht. Ne, das geht irgendwie nicht. Schön, nice. Also, man kann sie besiegen. Sind nicht... Aber man muss wirklich ne Taktik und langsam vorgehen. Aber wenigstens ist der down. Vielleicht ist... Haben wir jetzt wieder Ruhe. Vielleicht war das wieder so ne Welle, oder so. Ich weiß es nicht. Das wär natürlich... Ah, ich kann den anschieben. Hehe. Das ist gut. Geh. Also, ich wär jetzt echt dafür, dass wir den nächsten 100 Folgen... Ähm... Einfach mal... Unsere Wall... Entweder verstärken oder Fallen drum bauen. Ja. Und ich wär fast mal für... Paar Fallen, solange wir noch ein paar Seile haben... Ähm... Glaubst du diese... Palissaden bringen was? Also, diese... Ähm... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab's mir auch schon überlegt, ob die überhaupt was bringen. Weil... Greifen die dann da nicht mehr an, oder so? Könnt die da... Na, ich weiß nicht. Ja, vielleicht... Vielleicht kann er zum Beispiel nicht mehr, äh... Einfach hinrennen und draufschlagen. Ja. Ich hock auf... Ich holz mal ein paar. Ja. Ach Gott, Alter. Das war jetzt... Mal Action. Interessante... Erfahrung. Hier, du baust gleich. Ich holz... Ich holz die ganze Zeit. Und du baust direkt. Weil ich hab grad ziemlich gut Ausdauer. Okay, wat? Soll ich so... Wat? Ich hol mal schon zum Schlitten. Ach Gott, Sock. Aber jetzt ist... Keine mehr da. Komm lass los. So. Oh mein, fast wird voll geleckt bei mir. Soja, pass auf. Oh, die Mutanten sind echt hässlich, ne? Ja, das stimmt. Aber die sehen irgendwie geil aus. Also, ich mein jetzt so... Fürs Spiel... Ist nicht echt gut gedacht. So, ich glaub, das muss erstmal reichen für die Wall. Warte noch nicht bauen. Warte, nimm das Ding noch. Ach, da ist ja nochmal einer. Ach. Ich... Nimm den. Bin wieder drauf. Ich schieb das Teil erst nochmal rein, bevor du die Mauer baust. Da oben ist noch ein... Ein Baumstamm, ne? Oder zwei sogar. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ja, einen... Einen sehe ich. Und der zweite... Ist hinuntergerollt. Ganz unten am Strand natürlich wieder. Ja, geil. Da haben wir mal auch einen Mutanten erledigt. Hammer. Ja, ja. Aber stell mir vor, da sind mehrere so kleine Viechen noch außenrum, wie vorhin. Ne? Da bist du voller Marsch, glaub ich. Ja. Jawoll. Direkt. Du kannst noch die eine Leiche mitnehmen. Ah, ja. Da haben sich schon Fliegen drauf gebildet. So, dann nehme ich mal schon die Knochen hier. Tu noch ein bisschen einheizst du nochmal. Lass mal gucken, ob irgendwie in der Wand beschädigt wurde, weil... Wenn du schon die ganze Nacht da war und ein komplett... Ehh. Ganz... Da? Was ist das? Ich bekomm schon wieder Hunger. Was ist denn los? Ach, das ist so... Hä? Warum bekomm ich denn so viel Hunger auf einmal? Ich esse die ganze Zeit und bekomme die ganze Zeit Hunger. Das ist jetzt nicht mal bei mir. Ach, hier ist was beschädigt. So, vielleicht... Ja, das Essen ist irgendwie gar nicht so lang an, das ist echt... Man isst so einen ganzen Lurr und der hält vielleicht, sag ich mal... Na gut... Na gut, man muss schon denken... Die Spielzeit ist halt schon relativ schnell, sag ich mal. Es ist relativ schnell wie der Nacht ist. Jaja, klar. Also bei mir geht's gerade, ne? Ja, ich hab jetzt alles voll, mal gucken. Die Knochen sind fertig. Nimmst du sie, oder? Ja, ich brauch welche. Hab ich jetzt eigentlich auch wieder nen Helm? Momento. Dein Helm sieht glaub ich jetzt anders aus, oder? Ah, ne doch nicht. Hab ich nen Helm jetzt schon, oder wie? Jo. Ich hab noch keinen, glaub ich. Doch, du hast auch einen. Achso. Okay. Ach, Gott. Ich weiß nicht, das hat mich jetzt voll gestresst mit den Mutanten. Ui... Ich fühl mich jetzt nicht mehr sicher. Ich auch nicht. Weil ich weiß, dass unsere Mauer irgendwie den Mutanten nicht abhält. Die Eingeborenen haben nicht den Mutanten. Ja gut, die Eingeborenen schlagen ja auch drauf. Aber da geht's nicht so schnell da. Und der hatte ja während wir gekämpft haben, hat er fast noch zwei Mauern zerstört. Also... Also stell dir mal vor, da kommen so fünf Mutanten oder so. Da haben wir echt keine Chance mehr dann irgendwie. Nee, gar nicht, Junge. Ja, das Wasser hilft aber, glaub ich, wirklich. Das ist echt. Ja, das ist... Du musst echt am Wasser bauen. Weil... Soviel stellen wir vor, du baust mitten im Wald, weißt du? Und dann reißt dir deine Wand ein, dann ist es vorbei, ne? Schau mal, was es da für Verteidigungsfallenanlagen gibt. Katapult, braucht man sowas? Ich weiß nicht. Da muss man wahrscheinlich voll gut zielen können und funktioniert nicht. Small Traps, Leaf Pile. Glaubst du, wenn man das hier irgendwo baut, ob das für Tiere ist oder jetzt für Eingeborene? Was glaubst du? Das Leaf ist, glaub ich, für Tiere. Leaf Pile Trap. Es gibt den... Aber es gibt ja Animal Trap, Tierfalle. Und das andere heißt... Leaf Pile Trap. Ich weiß halt jetzt nicht, ob das jetzt für Tiere ist. Ja, ich... Probieren wir's aus. Ich weiß nicht. Soll ich so ne Falle mal oben in den Wald bauen? Mhm. Gut. Weil ich hab ja 400 Blätter dabei, dann kann ich mir für 50 mal so ne Falle gönnen. Müssen wir nur merken, wo ich sie hinbaue. Oh, das wollte ich nicht. Nein! Scheiße! Ich bin blöd! Ja, das wissen wir schon. Ich bin so blöd. Wissen wir doch schon. Okay, hab ich da mein Seil wiederbekommen? Oh, Alter, hat's mich jetzt gerissen. Dieses verdammte Reh. Ich... Ich sag's dir. Ach, verdammt. Was mit der Steuerung? Manche I und B, die vertausch ich trotzdem. Mega, ne? Ach, das... Aha... Was ist das? Das kann man anzünden. Und dann? Ach, jetzt versteh ich. Das ist es nicht zum Reinfallen? Also nicht die Loch drü... äh, Loch drunter oder so? Ja. Ach, das kann man nur anzünden. Hm. Und was bringt das? Ich hab keine Ahnung. To-Do-Liste, das wurde grad aktualisiert. Ich guck's mal schon an. Explore-Submörder... Ja. Tadadadadadadadadadaditadaaa... Tadadadadadadadaaa... Tadadadadadadadadada... racynidnidnididnidaint-Acaptioner... He, der heißt ArmCancel. Oh, ich hab doch... ...ver Beeihunuks anymore... ...echersive... Explosive, also gegen die Mutanten sollen zum Beispiel Molotow ganz gut sein. Hab ich schon gebaut. Irgendwas Explosives. Äh, ne, ne, warte, Molotow ist dann, glaub ich, eher Feuer. Ja, aber das Explosive, ich krieg das nicht hin, ich brauch noch irgendwie sowas. Was brauch man dazu? Äh, ein? Gather Time Bomb. Muss man die speziell entwickeln, oder wie? Oh ja, Tatsache. Okay, es brennt jetzt vor sich hin. Hallo? Achso, und wenn man sich jetzt dahinter stellt, dann würden die Mutanten durchlaufen und brennen. Ah, vielleicht sollten wir das... Ah, das könnten wir vielleicht innen drin bauen. Falls sie durchbrechen, dass wir es anzünden können und dann laufen sie durch. Also hinter der Mauer dann. Hinter der Mauer verteilt. Wir müssen, oh scheiße, da kommen sie durch. Anzünden, verschwinden, laufen sie durch die Dinger durch. Jetzt pass auf. Interessant wäre es, aber wenn wir durch die Falle laufen, passiert nichts, oder? Nee. Okay, Fail des Tages. Eigentlich schlecht. Ach, scheiße. Okay, das war natürlich jetzt voll verkackt. Naja, jetzt wissen wir es. Man muss ja immer alles einmal ausprobiert haben, ne? Molli ist, glaube ich, nicht so schwer zu bauen. Pass auf. Die bauen wir wieder hierher. Weil hier war eigentlich eine gute Stelle, oder? Hier so. Hä, was baust denn du da? Sieht doch wie eine Plattform aus, oder? Das ist eine Plattform. Oder was ist das? Das kann man aber selber ziehen. Was ist das? Das ist das, wie heißt das? Custom Foundation. Bei Custom Building das erste links oben. Neben Custom Floor. Über Custom Walls. Ich finde das nicht. Table? Hä, wo findest du das? Custom Floors. Links daneben. Ach da, Foundation. Kommen die im Wasserbau? Och, Mann. Warum zeigst du mir das nicht vorher, du Depp? Wie groß man das machen kann. Oh, schau dir mal, wie schön man das... Warum? Ja, sag's einfach nicht, okay? Halt einfach deine Fresse. Ich hasse dich so. Wir müssen einen neuen Spielstand laden. Komplett neuen und dann... Jetzt bin ich schon wieder ein Bugfick. Alter, schau dir mal an, wie schön es ist. Ah, die Fresse. Und es braucht weniger Holz auch noch, als so eine scheiß Plattform. Gut, also... So, meine Molly ist gebaut. Neuestes Ziel, wenn wir mal nicht wissen, was man tun sollte. Ähm, hast du hier... Wie baut man jetzt so eine Kackbombe? Das will ich jetzt wissen. Zack. Zack, nein, das nicht. Ähm. Zack, oh ja. Stoff? Nein. Ähm. Riefs? Ne. Katapult. Weiß das nicht. Ähm. Noch mehr Alkohol? Ne. Ach, das kann man direkt an die Wände bauen. Ah, okay, okay. Defensive Spikes. Nein. Nein. Ach man, das kann es doch nicht sein. Zack. Was braucht man denn dafür alles? Steine? Simple Bomb, Circles Board, Alkohol. Komm, man muss es jedes Mal einzeln auswählen, was? Ernsthaft? Watch. Sucker, what? Das habe ich schon wieder vergessen, das kann es doch nicht sein. Oh, fuck. Du bist schon wieder in die Falle gelaufen, oder? Watch. Und. Die machen keine Schaden gegen uns. Und Alkohol. Oh yeah, nice. Ich habe eine Bombe gebaut. Wow, hammergeil. Oh lol, das kann ich auch nochmal kombinieren. Ich höre was. Ich hoffe zu brennen. Da ist ein Hase. Ach, das kann man gegen die. Ach, das ist geil. Ah, das habe ich nicht gewusst. Ich habe mich schon gewundert, wozu das da ist. Okay, Alter. Wie das blinkt einfach. Holy shit. Ich glaube, das sollten wir vielleicht nicht reinrennen. Äh, was hast du da gebaut? Das ist eine Bombe. Also da würde ich nicht reinrennen. Also, das andere war Molotov. Warum hast du mir das eigentlich wieder kaputt gemacht, ha? Ja, weil ich jetzt gebaut habe. Das ist jetzt das dritte Teil, was ich bauen wollte. Ja gut, das lassen wir jetzt einfach so. Vielleicht haben wir mal Glück und jemand läuft rein. Jetzt hüpft ein Hase rein, ich sehe schon richtig kommen. Oh, das wäre bitter. Ich kann das nicht reparieren. Kannst du das noch reparieren hier? Wie weit wollen wir hier das ins Wasser reinbauen? Was willst du reparieren? Da, hier die Wand. Da ist irgendwas kaputt. Ah ja, warte. Ich muss mal kurz. Ja, präpariert. Ne, gut. Ich glaube, weiter ins Wasser brauchen wir das gar nicht malen, oder? Die Verteidigungsdinge da? Ne, ich glaube, das reicht schon. Oder? Ne, ich glaube, das reicht. Oder wollen wir nochmal eins machen? Ne, ne, ne. Lass es erstmal so. Lass uns das erstmal so stückchenweise. Stab auch mit viel Stein. Ja, ist mir auch gerade. Aber gut, dass es dies ja in Mängeln gibt. Oh, ich trau mich nicht an die Bombe ran. Da liegt ein Stein. Ne, den nehme ich nicht. Doch, den hole ich jetzt. Oh ja, es hat funktioniert. Nice. Also müssen wir uns jetzt echt ein bisschen verstärken. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, ja. Scheiße. Das ist mittelstisch. Alter, braucht man da viele Steine. Oh Gott. Ja, und wir haben gesagt... Wir brauchen jetzt schon 100 Steine nur für diesen kurzen Abschnitt. Boah. Ah, Hase, Hase, Hase. Wir könnten ja jetzt, also nächste Folge, weil jetzt ist es eh schon wieder vorbei, ne? Ja. Könnten wir ja einfach mal nachts wach bleiben und... Oh, Alter, der redet mich erst so schrocken. Einfach mal... Und warten, ob was explodiert. Ne, warten, ob was Großes kimmt. Oder ob wieder nur Kleine kümmern oder ob vielleicht gar nichts kimmt. Ja. Können wir machen. Schreckt die das nicht ab, das Blinken? Nicht, dass es die anlockten, dass das reinlaufen. Das wäre geil. Nein, das wäre nicht geil. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Bombe so ein großes Sprengradius hat, dass sie mit unserer Wand mit Riederreiß. Deswegen habe ich mich nicht getraut, die zu nah an die Wände zu futschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, Gott sei Dank, diese verdammten Mini-Steine immer. Scheiß auf die. An wenigstens können wir selber so nicht reinlaufen in der Nacht, ne? Gott sei Dank, ich will. Gott. Ja, gut, hier liegen ja unzählige Steine. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mal so schlimm jetzt, ne? Da könnten wir vielleicht unseren Rock-Rucksack machen und... dann mal am Strand spazieren gehen und ein paar Rocks sammeln und die ganze Zeit hinpflanzen. Ja, dann würde ich das mal nur vier oder fünf Steine mitnehmen können. Das muss man ja nicht überall hinmachen. Ich meine, eher so an die Schwachpunkte, wo sie eher reinkommen, weißt du? Wo die eher... Sieht doch gut aus, wenn's überall ist. Alter. Ich hau dich gleich so. Ich hab eh keine Ausdauer mehr, nichts mehr, also... Ich geh mal rein. Alter, diese verdammten Steine. Stick-Bag! Stick-Bag, Stick-Bag! Was? Wo? Wart, wart, ich weiß jetzt nicht, wie man das gehofftet. Äh, scheiße, Stick-Bag, äh... Hatten wir denn eigentlich... Glaubst du, das ist ein Stick-Bag? Hast du dann dauerhaft und dann, ähm... Rock-Bag? Okay, wart. Kann man das denn nicht irgendwo nachschauen in diesem scheiß Heftchen? Wo hat man das denn? Wieso... Wo ist so... Wieso ist sowas jetzt wieder nicht drin? Doch, doch, eigentlich schon. B... Und dann bei, äh... Den... Ganz... Die vorletzte... Oh, was ist denn das? Ah, nee. Das drittletzte Ding. Ja, aber da ist doch... Und dann hast du Weapons, dann Tools, und dann... Berry Pouch, Water Skin, Rope, Fire Torch, Upgrade Spear... Ja, aber da ist das... Lizard Armor... Achso. Schneeschuhe. Ach, wir sind wieder Überlänge, ne? Wir müssen beenden. Fuck, das kann das doch nicht sein. Äh, nee, das ist hier nicht drin. Nee, anscheinend nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie man das gehofft hat. Muss man ein bisschen rumprobieren, weil ich mag es unbedingt hinbekommen. Jetzt mit Sticks und Rocks. Schauen wir dann mal. Na gut, dann haben wir jetzt eine Aufgabe für die nächste Folge. Bisschen die Defensive hochziehen und Stick und Rock backbar. Dann sind wir ja wieder hier und, ja. Ja, genau. Danke fürs Zuschauen und... Jo, danke. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, da Endecomm victims. Jetzt hat 15 Jahre einen Telawater. So geht es noch...